Thronrede. Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode begonnen. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Königin Elisabeth II. die Versammlung. Brüssel, die belgische Hauptstadt, ist offensichtlich nur knapp. Einem schweren Terroranschlag im Zentralbahnhof entgangen. Und Bundeswehrabzug. Wegen des Streits mit der Türkei wird die Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incelik abgezogen und nach Jordanien verlegt. Das alles um 23 Uhr in der Tag. Untertitelung des ZDF, 2020